Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Prüfungstrainer24. Solltest du dich schon mal gefragt haben, was ist eigentlich Eigenkapital? Ich habe nicht genau verstanden, was es mit diesem Begriff auf sich hat. Dann ist diese Aufgabe genau richtig für dich. Also wenn du Industriekauffrau, Industriekauffmann bist oder wenn du im Büromanagement die Ausbildung machst oder Groß- und Außenhandelskauffrau, Groß- und Außenhandelskauffmann, BWLer, VWLer, ihr alle seid angesprochen. Denn in dieser Aufgabe habe ich versucht, euch anhand eines praktischen Beispiels zu zeigen, was eigentlich Eigenkapital ist und Fremdkapital und wie die Bilanz aufgebaut wird aus einer etwas anderen Betrachtungsweise. Ich bin der Meinung, du kannst viel in diesem Video lernen. Solltest du die Aufgabe noch nicht haben, lad sie dir bitte bei mir runter. Ich lasse dir unterhalb des Videos einen Link da. Dort kannst du dir die Aufgabe dann bei mir auf der Seite holen oder lies dir halt kurz durch, worum es hier geht. Und wir machen dann hier die Lösung dieser Aufgabe in fünf Sekunden. Okay, unsere Unternehmerin Frau Müller hier hat ihr Unternehmen gegründet, bringt 80.000 Euro mit, eröffnet ein Geschäftskonto und nimmt noch ein Darlehen auf und besorgt sich dann alle diese Gegenstände hier unten und möchte dann eben wissen, wie die Bilanz aufzubauen ist. Und das gucken wir uns jetzt zusammen an. Wenn ich anhand dieser Informationen schrittweise die Bilanz aufstellen wollen würde, dann müsste ich natürlich erstmal so eine Bilanz zeichnen. Links oben und rechts oben kommen die Begriffe aktiver, passiver hin und dann Bilanz über dem Ganzen. Und wir wollen jetzt gleich die Informationen verarbeiten, die hier in den ersten drei Zeilen hier enthalten sind, nämlich, dass sie mit ihrem eigenen Geld ein Geschäftskonto gründet und das Geld dort einzahlt. Wie ihr ja wisst, sind Bankguthaben auf der Aktivseite zu finden. Das heißt, wir müssen, nachdem sie das eingezahlt hat, das Geld, das Geschäftskonto, das Guthaben des Geschäftskontos auf der Aktivseite hier darstellen. Und zwar natürlich mit der Bilanzposition Bank. Und auf das Konto hat sie 80.000 Euro eingezahlt. Und wir wissen noch etwas, nämlich, dass das Geld ihr gehört. Es ist ihr erspartes Geld. Und wenn sie eben so eine Gründung vornimmt mit eigenem Geld, dann wissen wir, dass das Eigenkapital ist. Und können jetzt auf die Passivseite Eigenkapital hinschreiben. Und jetzt im Prinzip haben wir schon die Information, dass hier jemand ein Unternehmen gegründet hat mit eigenem Geld, 80.000 Euro, also mit eigenen Mitteln. Und diese Mittel in Form von Geld wurden eingezahlt auf ein Geschäftskonto. Und wenn das die einzigen Informationen wären, die wir bis jetzt hätten und sagen würden, jetzt ist die Gründung des Unternehmens vollzogen, können wir hier schon die Summen bilden, die Bilanzsummen unterstreichen und dann auch noch diese Buchhalternasen reinpacken. Und wenn wir keine weiteren Informationen jetzt hätten in der Aufgabe, würde die Bilanz, die Gründungsbilanz schon stehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so kurze Bilanzen gesehen habt wie hier, aber es ist völlig in Ordnung. Wenn nicht mehr passiert ist bisher, wäre das eben schon die Bilanz. Aber wir haben ja hier noch ein paar Informationen, deswegen können wir die Bilanz hier noch nicht abschließen. Wir haben noch einiges, das im Laufe der Gründung hier passiert ist. Und das steht ja auch hier oben im Text, dass sie nämlich noch ein Darlehen aufnimmt. Aber wichtig für uns schon mal an diesem Punkt ist, eben dass wir gelernt haben, dass Eigenkapital die Mittel sind, die wir selbst mitbringen, die uns als Unternehmensgründerin, als Unternehmensgründer gehören. Und dass auf der anderen Seite das ganz einfach dargestellt werden kann, nämlich in Form von Bankguthaben, wenn nichts weiter passiert ist, als dass wir das eben eingezahlt haben. So, was passiert? Wir nehmen ein Darlehen auf und das Darlehen wird unserem Bankkonto gutgeschrieben. Wenn so ein Bankkonto gutgeschrieben wird, dann steigt das ja um 50.000 Euro. Nachdem die kreditgewährende Bank uns 50.000 Euro überweist auf das Geschäftskonto, dann haben wir da nicht mehr 80.000, sondern 80.000 plus 50.000. Also 130.000 Euro. Und das Geld gehört ja nicht uns. Das hat die Bank uns geliehen. Es ist ein Darlehen. Also die kreditgewährende Bank, war es eine Bank? Ja, okay, eine Bank gibt uns ein Darlehen. Wunderbar. Wir haben 50.000 Euro mehr, gehört aber nicht uns. Deswegen müssen wir jetzt hier auf der Passivseite hinschreiben, dass wir ein Darlehen haben. Und die Information für jemanden, der jetzt vorbeikommt und sich auskennt mit Bilanzlesen, der würde wissen, aha, da sind also offenbar 130.000 Euro auf dem Bankkonto und die Unternehmerin hat offenbar 80.000 Euro selbst mitgebracht und 50.000 davon sind geliehen. Und wenn das bisher alles gewesen wäre und die Gründung hiermit vollzogen wäre und die Unternehmerin sagen würde, mehr ist nicht passiert, das Unternehmen ist gegründet, bitteschön, das ist meine Bilanz. Dann würden wir hier wieder unterstreichen, unsere Buchhalter Nasen bilden und die Bilanz wäre dann fertig. Aber wir haben ja hier rechts noch Informationen, die wir verarbeiten. Sie hat noch Kreissägen gekauft, Aktenschränke etc. Und ihr wisst natürlich, dass die Aktivseite nach der Liquidität gegliedert wird. Also suche mich mir jetzt mal die Gegenstände hier raus, die am wenigsten liquide sind und am obersten in die Bilanz gehört. Jetzt merke ich gerade, dass ich eine Information hier nicht mit rüber genommen habe, nämlich folgendes hier oben. Nun hat sie genug Geld und besorgt sich die folgenden Sachen, die sie sofort per Banküberweisung bezahlt. Also sie kauft sich diese Sachen hier und bezahlt per Banküberweisung. Und ich beginne mal mit den Gegenständen des Anlagevermögens, deswegen schiebe ich die Bank mal hier ein, zwei Zeilen runter. Und wir sehen, sie hat Kreissägen, Aktenschränke für das Büro, Computer, Säulen, Bohrmaschinen. Ihr wisst natürlich, nach Liquidität wird die Aktivseite gegliedert. Wir haben hier auch noch ein LKW. Das heißt, wir haben im Prinzip drei Bilanzgruppen, kann man so sagen, hier gekauft. Einmal Fuhrpark, das wäre der LKW hier unten. Dann einmal Maschinen, dazu gehören die Kreissägen, Säulenbaumaschine und Drehmaschine und Fräsmaschine. Und dann haben wir eben noch Betriebs- und Geschäftsausstattung. Dazu gehört der Aktenschrank, Computer für das Büro, Schreibtisch für das Büro, der Drucker. Und wir beginnen mit Maschinen oder technische Anlagen und Maschinen. Beides geht ja. Ich mache mal hier Maschinen. Maschinen. Und wir haben uns ja Maschinen gekauft. Jetzt müssten wir die Summe bilden. 3 mal 15.000 für die Kreissägen. Plus 2 mal 7.000 für die Bohrmaschinen. Plus 2 mal 14.000 für die Drehmaschinen. Und 1 mal 9.000 für die Fräsmaschine. Und wenn ihr das ausrechnet, kommt ihr auf 96.000 Euro. Rechnet es ruhig nach. Also 3 mal 15.000 für die Kreissäge. Bei der Säulenbaumaschine, bei der Drehmaschine und Fräsmaschine auch alles multiplizieren und dann aufsummieren. Und ihr kommt dann eben auf 96.000. Das kauft sie sich. Also ist das im Unternehmen vorhanden. 96.000 Euro. So, nun seht ihr natürlich, dass die Bilanzsummen nicht mehr übereinstimmen. Wenn ich jetzt die Summe bilden würde, würdet ihr sehen. Kann ja nicht sein irgendwie. Wir haben ja hier 130.000 und hier viel mehr. Ja natürlich, weil eben die Maschinen bezahlt wurden durch Banküberweisung. Wir haben bei Maschinen jetzt plus 96.000 hingeschrieben. Müssen das aber noch von der Bank abziehen. Denn sie hat ja überwiesen. Also sind nur noch 34.000 Euro auf der Bank, wenn 96.000 überwiesen werden. Und ihr seht, die Bilanzsumme stimmt dadurch wieder überein. Jemand, der sich mit Bilanzlesen auskennt, würde jetzt wissen, Aha, die eigenen Mittel sind hier offenbar. Die eigenen Mittel nämlich 80.000 Euro sind, was die Unternehmerin selbst mitgebracht hat. Und die Fremdmittel sind 50.000. Und was mit diesem Geld gemacht wurde, mit diesen teilweise eigenen, teilweise Fremdmitteln, sehen wir eben auf der Aktivseite. Ja, das ist die Mittelherkunft. Eigenes Geld, fremdes Geld. Und das ist die Mittelverwendung. Einmal in Maschinen und einmal in Bankguthaben. So, nun passiert aber noch ein bisschen was. Und zwar werden jetzt ja hier noch, wird ein LKW gekauft, hier unten. Der ist ja gleich nach Maschinenmuster herkommen. Der ist ja weniger liquider als Betriebs- und Geschäftsverstattung, aber liquider als Maschinen. Deswegen kommt er jetzt hier zwischen Maschinen und Bank rein. Und zwar in die Position Fuhrpark. Und der LKW hat ja gekostet 18.000 Euro. Sehen wir ja hier unten 18.000 Euro. Ihr seht wieder, die Bilanzsumme steigt hier an. Ja, natürlich, weil wir haben das Ganze noch nicht vom Bankkonto abgebucht. Es wird ja aber per Banküberweisung bezahlt. Also sind hier, nachdem die 18.000 dann überwiesen worden sind, nur noch insgesamt 16.000 Euro auf dem Bankkonto. Und dann stimmt auch die Bilanzsumme hier unten wieder. Ja, die Bilanzsumme muss sich also immer ausgleichen. Da hier ja nur steht, wo das Geld herkommt. Oder die Mittel herkommen, besser gesagt. Diese aber nichts anderes auf der Aktivseite sind ausgedrückt in Form von Vermögensgegenständen. Deswegen ist es logisch, dass sich Aktiv- und Passivseite betragsmäßig immer übereinstimmen müssen. So, dann kommt noch ein bisschen was dazu, nämlich die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Da haben wir den Aktenschrank, Computer, Schreibtisch und Drucker. Wir rechnen also 1x600, 1x1200, 1x800, 1x350. Und wenn wir das alles ausrechnen, kommen wir auf 2.950 Euro. Und das packen wir hier zwischen Fuhrpark und Bank rein. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.950 Euro. Ihr seht, die Bilanzsumme steigt wieder an. Wir müssen das Geld natürlich noch von der Position Bank abziehen, weil das Geld überwiesen wurde. Also rechnen wir 16.000 minus 2.950 und wir kommen auf 13.050. Und dann stimmt auch wieder die Bilanzsumme. Und wieder würde jemand, der jetzt sich diese Bilanz ansehen würde, verstehen, dass eben ein Teil hiervon mit eigenen Mittel bezahlt wurde, finanziert wurde und ein Teil mit fremden Mitteln. Wir können aber nicht mehr sagen, was hier jetzt eigenfinanziert ist oder fremdfinanziert ist. Wir wissen nicht mehr, mit welchem Geld die Maschinen gekauft wurden, mit welchem der Fuhrpark, mit welchem die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Das ist aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist zu wissen, wie hoch ist der eigene Anteil dieser Investitionen und wie hoch ist der fremde Anteil dieser Investitionen. Also potenzielle Gläubiger und Investoren interessieren sich nur für diese Wertzusammenhänge und jetzt nicht für die einzelne Zusammenhänge innerhalb des Vermögens. Okay, jetzt aber unterstreichen wir beide Seiten hier doppelt und bilden hier dann noch unsere Buchhalternase. Und in der Aufgabenstellung habe ich euch aber das hier schon so sortiert gezeigt mit Eigenkapital, Römisch 1, Römisch 2, Fremdkapital, für erstens Darlehen hier also mit arabischen und römischen Zahlen und auch mit den Überschriften Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Das können wir auch hier gerne einmal machen. Dann würde die Bilanz eben halt so aussehen. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende einer weiteren Aufgabe. Sollt euch das Ganze gefallen haben, vergesst bitte nicht mehr ein Like da zu lassen. Und wie gesagt, auf Prüfungstrainer24 findet ihr mehr von solchen Aufgaben für alle möglichen Berufe und auch für die Uni, BWLer, VWLer. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis dann, macht's gut.